Training mit einem Hund, der schon mehrfach bei Hundebegegnungen zugebissen hat, hier auf die Distanz. Wir haben doppelt Schleppleine für den Fall und arbeiten ganz viel mit Rückruf und Ablenkung, Alternativverhalten, weil er sonst wirklich andere Hunde packen würde und schauen einfach, wie nah wir uns rantasten können. Mit der Schleppleine können wir ihm das Gefühl geben, selbst zu entscheiden und ihn dann super besser ablenken. Ja super, ganz toll. Jetzt haben wir natürlich die Situation zwei Hunde gehen vor uns, was für ihn nicht so schlimm ist, als wenn sie uns entgegenkommen, aber dennoch, weil vorher ist er wirklich ausgerastet, sobald man in die Nähe kam. Ganz prima. Super, mega, mega, toll. Kann man von alleine zu dir oder hast du ihn gerufen? Ja, super, super, ja ganz gut. Wow, weg. Entschuldigung, ich bin da weggerannt wegen der Leine. So eine Gruppe Hunde. Super, ja toll, klasse, klasse, klasse. Super, 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 super. Er fragt vorher, sind Menschen, was er in der Situation machen würde. Super, 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 super. Genau, das tat es nochmal extra vergrößert. Die Gruppe ist gruselig. Super, dort liegt ein Hundchen. so bei so lauernden und duckigen hunden weiß man nie macht er sich klein oder springt er gleich hin geht super toll so da kommt ein kollege super lässt sich ganz toll umlenken immer wieder mit dem richter dran vorbei ich hätte ihn lassen laufen hier weiter bleibt in bewegung geben die chance ich dir wieder zuzuwenden super super und spektakulär aber bleib in bewegung genau toll klasse super 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 sehr sehr gut heute vormittag hätte er die noch zerfleischt ganz toll genau gebe ein bisschen die idee wahnsinn toll toll super sehr gut sehr gute toll super ja genau du sagst ihm genau richtig er soll gehen super rocki oh tschuldigung rock im verzeigen ich bin auf die zweite schleppleine getreten großartig weiß ich nix naja gut so kriegt man dazu super sagt rock im egal ob die nach ressourcen hier um ressourcen kämpfen super nochmal abschluss wir gehen zügig weiter super wer hat wen angewählt der schwarze ihn oder jana super toll der schwarze hat ihn weg gewählt und er hat ja genau super super toll 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 klasse ontzag Das wäre heute vormittag nicht möglich gewesen Der hätte die Hunde hier wirklich getötet. So ein Schatz. Klasse. Gleich ruf ihn, sag seinen Namen nicht, dass er einmal wieder Fokus auf dich hat. Prima.